Ja, ein bisschen unglücklich bisher, weil wir auch, denke ich mal, eine sehr junge Mannschaft sind, mit die Jüngste. Und ja, wir sind auch alle neu zusammengekommen in dem Jahr. Wir mussten uns auch erstmal einspielen und deswegen erstmal haben wir viele Punkte stehen gelassen. Wobei ich denke, dass wir aber trotzdem viel Potenzial haben. Ja, da gab es verschiedene. Also in der Jugend habe ich in Offenbach gespielt, Kickers Offenbach. Der Höhepunkt war aber auch so Darmstadt 98. Da habe ich dann zuletzt gespielt, bevor ich dann halt nach Seligenstadt gegangen bin und dann hierher gegangen bin, bevor wir aufgerüst worden sind. Ja, das waren eigentlich ziemlich gute Zeiten. Ja, ein paar gute Pokal spielen, wenn ich jetzt. Titel natürlich. Titel natürlich. Titel natürlich. Titel natürlich. Titel natürlich.